3, 2, 1, drop it! und zwar geht es heute zu meinen Rewards wir öffnen nur die Playerpicks, dann wir öffnen nur das Team of Streetpicks ich sag so, war solide war jetzt nicht das beste aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß Ach come on, was sagt der Chat, was kommt? Müll! 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 Tja, shit, jetzt kannst du keinem erzählen, was hier schon möglich Komm, shit, wir gucken uns den ersten in 3, 2, 1 Ohhhh! Bellingham, let's go! Den du mich mit! Ohhhh! Bellingham, let's go! Ja, ist okay Ist okay Ist okay Ja, ja Ja, shit, was, was soll da jetzt groß kommen? Ohhhh! Ohhhh! Melinkovic! Let's go! Nehm ich mit Simon hat's hier, Melinkovic Vielleicht ist da noch ein 6a, ähm Tee oder Enter? Back, back Leh, 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 let's go Was ist denn das für ein Infobank? Melinkovic, Aitor und Berardi Ja, ja, ist am Ende 53 war gut mit Melinkovic, Savic, Berardi Und Aitor Ja, ist okay Nehmt man jetzt mal mit Bellingham Und, ähm Bringt's noch in Rot Ja, ist okay War jetzt nicht gut Lass trotzdem sehr gerne einen Daumen zu da Abonniert den Kanal Aktiviert den Glocke Und nächstes Mal noch mehr zu verpassen Ich würde sagen, ich bin raus Macht's gut, haut rein Ciao, ciao Outro